Digitalisierung ist in aller Wunde. Egal, ob es im Privatbereich ist, ob es im Beruf ist. Wir sind komplett von digitaler Technik umgeben. Um diese digitale Technik auch richtig einsetzen zu können, braucht es natürlich neue Fähigkeiten. Neue Fähigkeiten, um die Technik im privaten Bereich zu nutzen, aber ganz wichtig auch im beruflichen Umfeld. Mit dem Digitalisierungsfonds setzen wir genau dort an. Wir schauen, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen möglichst viele Chancen haben, digitale Kompetenzen zu erreichen. Hallo, wir sind Thomas und Karin. Wir werden Sie durch diesen MOOC begleiten. Was wird auf Sie zukommen? Worum geht es? Welche Inhalte werden abgedeckt? Die Inhalte sind sehr vielfältig. In einem Teil geht es darum, wie Sie digitale Technologien für Bewerbungen nutzen können. In einem anderen lernen Sie, wie Sie sich vor Betrug im Internet schützen können. Sie werden Ihr Wissen über Social Media vertiefen oder bekommen Tipps, wie Sie Ihre digitalen Kompetenzen einstufen können. Dazu nutzen wir Videos, ein Forum, Quizzes und viele zusätzliche Lernmaterialien, wie auch ein Arbeitsheft, das Sie zugeschickt bekommen. Wir stehen immer für Fragen zur Verfügung. Sie können sich mit uns und anderen austauschen und dabei Ihr Wissen verfestigen. Es wird für jeden und jede etwas dabei sein. Für Anfängerinnen bis geübtere Nutzerinnen. Na dann, bis bald. Wir sehen uns am 1. März 2021. Machen Sie sich fit für die digitale Welt. Gehen Sie dazu auf imux.at, klicken Sie auf den Kurs DigiSkills für alle und registrieren Sie sich noch heute dafür.